So, willkommen zu Samra. Samra hat sein neuestes Single draußen. Feuer über Deutschland war der letzte Song, genau. Und jetzt gehen wir mal rein in Weg nach oben. Oh, produziert von Rich. Sehr schön. Co-produziert von Lucas Piano und Chris Jarby. Grafik, Video, ach guck mal, das ist ein Traum. Das ist ein Traum, da stehen alle noch drin. Alle. Oh. Ja? Oh. Samra ist einfach ein Charakter, ne? Muss man mal ehrlich sagen, es gibt keinen, der irgendwie wie er ist. Warte mal, da steht schon mal wieder Karim drauf. Das hatten wir schon in den letzten Videos tatsächlich, ne? Ja. Ra! Ah! Ey, das hat was! Ey, zuallererst, ich muss sagen, es ist Samra, aber es ist nochmal mehr, hab ich das Gefühl, ne? Also der Einstieg und so weiter, das ist einfach Samra pur. Aber diese kleinen Gesangstellen dazwischendurch, das ist so ein bisschen was Neues, finde ich schön. Klang sehr, sehr, sehr harmonisch, muss ich sagen. Durch das Wälder vom Tisch, mit dem Herz voller Gift, ging drei Jahre durch die Hölle, hat mich selber gefickt. Und gefällst du ihr nicht, ist die Welt gegen dich. Alle Dreck am Stecken, keiner wurde gecancelt wie ich. Jeder Schuss ging durch die Burs und ich stehe besser als zuvor. Und jetzt wird euch bewusst verdammt, ich breche nie mein Wort. Wenn ich sage, dass ich bleib, hol die Eckler vom Tresor. Ihr wisst, welches Thema er da anspricht, diese ganze Cancel-Aktion und so weiter. Ey, das ist auch eine Sache, wo ich mich frage, warum haben wir daraus nicht gelernt? Also ich sehe auch heute, egal ob jetzt bei Influencern, bei sonst was, ich sehe so viele Leute so früh schon judgen. So früh schon sagen, ja, 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 das stimmt schon. Ja, ich mochte den noch nie. Ah, der ist schon immer komisch gewesen. Und dann kommt irgendwann raus, ja, es ist doch nicht so gewesen. Und meint ihr, diese Leute kriegen das irgendwie noch mit oder sonst was? Es ist ganz, weiß ich nicht, ich finde das alles so, keine Ahnung. Es ist ja nicht nur so Personen in der Öffentlichkeit. Es ist ja neuerdings auch schon so, dass Privatpersonen sowas in der Öffentlichkeit regeln. Das finde ich halt auch so krass. Und dann werden so schnell Sachen schon geurteilt. Und keiner von uns kennt diese Menschen privat oder sonst was. Sondern wir hören einfach nur auf das, was andere sagen. Wisst ihr, was ich meine? Ganz strange Zeiten, Mann, ernsthaft. Keine Frage, jeder weiß, Betta Krus ist mein Support. Bleib original, der die Jugend formt. F*** auf deine Charts, hab genug Awards. Kippe in der Fresse und ein Messer in der Denim-Jeans. Guck, ich baue mir eine Lexie. Egal wer du auch bist oder was du von mir glaubst. Wurde so oft schon gef***t, doch jetzt hält mich nichts mehr auf. Bis die erste Nase bricht, sind die Hunde alle laut. Guck, ich bin zurück, mach die Lichter nicht mehr aus. Ich streck die Türen ein, auch wenn ich die nicht sein soll. Auch wenn die Welt auf mich schießt. Broke Runner, es gibt niemand, der... Ey, ohne Scheiß. Einerseits hätte ich gesagt so, ey, irgendwie, ne? Ich kann verstehen, dass Leute von außen sagen so, ja, bei Samra, das klingt alles immer gleich. Aber wenn man ihn oft hört, ne? Dann merkt man schon, da ist schon nochmal was anderes drin, finde ich. Also jetzt gerade diese Gesangsteile einfach in der Hook, ne? Das habe ich bei ihm so noch nie gehört. Finde ich super schön, muss ich sagen. Dein soll, auch wenn die Welt auf mich schießt. Broke Runner, es gibt niemand, der mich einholt. Hab mir das selber verdient. Ich folge keinen Trend. Okay, also noch ein paar Sekunden und dann geht die Tür kaputt, wo ne 666 drüber steht, ne? Es gibt keinen, der so am Mic brennt bei Like-Shows. Also bin ich wirklich da, wo ich sein soll. Was für ne Frage hat die... Boah, Junge, ey. Alter, der Typ ist sowas von zurück, ne? Also ich kann mir auch vorstellen, dass noch so ein paar, sag ich mal, ein paar Mainstreamige Songs auch in Zukunft kommen werden, so. Was das, ich weiß gar nicht, kommt da ein Album jetzt eigentlich oder was ist denn jetzt eigentlich? Ich habe keinen Überblick. Aber ich habe das Gefühl, dass er auch früher oder später nochmal mit zum Beispiel Topic oder so eine Hausnummer oder so rausbringt. Aber das gerade sind alles so pure Rap-Songs, die einfach, finde ich, zu Deutschrap gehören. Und ganz ehrlich, das ist... Also ich finde es unhatbar. So, er soll einfach sein Ding machen. Und wie gesagt, wenn es Mainstream-technisch dann nochmal ein bisschen interessanter werden soll, kommen wahrscheinlich diese ganzen Haus-Sachen und so weiter, ne? Aber ich glaube so, als Rap-Liebhaber, meiner Meinung nach seit Check oder so, hat der Junge sich wieder komplett unter Kontrolle, ne? Also, ja, ich habe euch ja schon oft gesagt, ne? Also, wir haben ja auch noch einen Song offen mit Zambra. Da kommt ja auch noch... Boah, da freue ich mich so enorm drauf, ne? Da freue ich... Ich weiß nur nicht, ob es auf dem Album ist oder ob es so kommt. Keiner... Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber ich freue mich drauf. Warte mal, was sagt der da? Die Stimme geht so unter. Was sagt der genau an der Stelle? Welcher Song? Warte mal. Der Song... Ja, irgendwas... Irgendein Name. Ich dachte, der Song von Sido oder so, dachte ich, hätte ich verstanden. Klingt für mich nach Karaoke-Bar. Ich habe leider das Wort davor, verstehe ich nicht. Modus Mio? Der Song von Modus Mio klingt für mich nach Karaoke-Bar. Yo, Modus Mio, du hast recht. Oh mein Gott. Ja, okay, okay, okay. Sag mal, die Melodie im Hintergrund, ne? Ich wollte gerade sagen, die erinnert mich irgendwie an Apache. Aber nee, nee, ich glaube, Apache war das nicht, ne? An was erinnert mich das? Doch jetzt hält mich nichts mehr auf. Bis die erste Nase bricht, sind die Hunde alle auf. Guck, ich bin zurück. Mach die Lichter nicht mehr aus. Ich stecke Türen ein, auch wenn ich hier nicht sein soll. Oh, wenn die Welt auf mich schieß. Rogue Runner, es gibt mir da, der mich ein. Ich erinnere mich an die Stelle. Ihr hört hier eine E-Gitarre, ne? Rich hatte heute in seiner Insta-Story stehen, das ist keine E-Gitarre, sondern das ist seine Stimme verzerrt. Saugeil, Alter. Ich hätte beim ersten Mal hören gesagt, das ist eine E-Gitarre. Ich stecke Türen ein, auch wenn ich hier nicht sein soll. Auch wenn die Welt auf mich schießt. Aber das war, glaube ich, das. Rogue Runner, es gibt niemand, der mich einholt. Hab mir das selber verdient. Ich folge keinem Trend, bin zeitlos. Es gibt keinen, der so am Mic brennt bei Live-Shows. Also bin ich... Ja, 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 ja. Das war Rich Produced by Me, hatte er vorhin in seiner Insta-Story. Fun Fact, die E-Gitarre ist ein verzerrtes Summen von mir. Okay. Ich bin da, wo ich sein soll. Was für eine Frage hab ich. Schönes Klavier, Mann. Okay. Der Weg nach oben, ne? Ende sozusagen mit dem Teufelscheiß und so weiter, ne? Ey, ich überlege die ganze Zeit. Ich kenn die Melodie. Nee, Bruder. Irgendwoher... Also ich sag's dir auch. Ich kenn die Melodie. Schöner Song, Mann. Also Samra ist definitiv noch, sag ich mal, derjenige, der so die alte Schule durchzieht und irgendwie, wie gesagt, sich selber treu bleibt. Und meiner Meinung nach seit Jack auf jeden Fall wieder zurück ist. Ich bin gespannt, was er dieses Jahr noch so ein bisschen, ich sag mal, mainstreamiger machen wird. Also ich schätze mal, dass da auch noch irgendwie sowas kommen wird. Ich versuch, euch das rauszufinden. Solltet ihr es finden, dann schneide ich es ins Videorei, ne? Ich versuch, euch das rauszufinden.